Musik Und dann war vorbei, dann kamen hier Krieger einfach und, ja, du siehst es jetzt ja auch schon, ne, er fährt da, als wenn er zu mir geholt fährt, ne? Ja, also sieht total stressfrei aus in seinem Auto von hier oben, da wollte er auch der Opa sein, natürlich, hier. Aber guck mal, Sven Schindl da hinten, der versucht da auch jetzt mal ein bisschen mehr in Tech-Modus zu gehen, kriegt wieder Wetter. Ja, ja, das ist ganz cool. Oh, jetzt haben wir alles, was da mit dem Volker passiert, da ist nicht so viel Abstand. Ja, jetzt für Probleme waren da irgendwie beim im Bergaufstücken, führst der mal kühl. Weiß nicht, ob er da die Gangwechsel nicht so ganz richtig hingekriegt hat. Ja, zwei, drei, vier, fünf da, dicht zusammen, top 440, richtig raufgefahren, also richtig eng rangefahren, wenn die Bergaufstücke ist, wie so ganz oben. Ja, guck mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Guck mal, Volker, hier ein bisschen in seiner Seite. Ja, da fährt die fast zwei Sekunden schneller als der Rest in dem Tier, ne? Ja, da fährt die, vier, 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 ne? Ja, da fährt alle 46er Zeit. So, Sven Schindl versucht es jetzt mal hier ausdrucken. Oh, das geht jetzt nach Wien oder so? Nee, ausdrucken. Ah, das geht jetzt kurz. Ja, kannst du haben, der kommt ja später, der erste, ne? Das ist jetzt gemachscht. Ja, aber gut, Wien kommt jetzt ein bisschen unter Druck hier. Ja, ganz schön, wie ich finde. Der Arm von der 466, Enrico Duxa, der brecht da natürlich auch vorbei. Ja, der ist der Trebel, der geht jetzt hier in die letzte Runde. Ja, und jetzt auf einmal, hier kommt der Zweifelzitter, doch wieder ganz frustrat. Ich glaube, Volker hat er mal richtig Gas drauf gemacht. Dann hat er noch mal rausgenommen oder hat er ein Problem. Guck mal hier. Ganz enge Nummer auf einmal. Da hat er noch mal gespielt. 47, ja, das war noch 30. Ja, hat noch mal gespielt. Ja, und... Ja, und... Ja, und... Ja, und... Da... Ja, die sind wirklich Gini... Da...